Hallo liebe Schützen, willkommen zu eurem wöchentlichen Horoskop auf meinem Astronogie-Channel. In der Woche vom 22. bis zum 28. Januar steht ihr besonders souverän und selbstbewusst da. Die Konstellation von Neptun und Saturn im Quadrat zu eurem Zeichen mahnt jedoch zu Vorsicht, liebe Schützen. Es besteht die Gefahr, Freund von Feind zu unterscheiden. Daher ist es wichtig, genau hinzusehen und nicht vorschnell zu urteilen. Die Sonne und Pluto im Sextil unterstützen euch dabei, in diesen Tagen souveräne und selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Allerdings ist zu beachten, dass auch falsche Entscheidungen schnell getroffen werden können. Mein Rat für euch, die Sonne im Wassermann und der Vollmond im Löwen bringen viele kreative Ideen hervor, die ihr schneller umsetzen könnt, als ihr denkt. Doch seid nicht zu naiv und teilt eure Ideen nicht vorschnell mit anderen. Mit Neptun im Spiel besteht die Gefahr, dass jemand eure genialen Einfälle klaut. Also bleibt wachsam und passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch eine spannende und erfolgreiche Woche, liebe Schützen. Bis zum nächsten Horoskop. Bis zum nächsten Mal.